So, im zweiten Video entscheidet ihr, wer unser Vater war. Es war entweder ein verarmter Adeliger oder ein Handelsreisender oder ein Kriegsveteran oder ein Jäger oder ein Steppennomade oder ein Dieb. Und ich werde wieder alle unter dieses Video schreiben und ihr könnt dann einfach abstimmen und mit den meisten Likes wird es dann.